Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Teil 1 der Reihe von Peter O'Rullian, keine Ahnung wie man es ausspricht ehrlich gesagt, vor, das Gewölbe des Himmels der Vergessene. Erstmal zu den Basics. Das Cover gefällt mir an sich sehr gut. Es ist halt so ein typisches High-Fantasy-Cover mit einem Kämpfer im Vordergrund und ja alles andere ist eher so ein bisschen verschwommen. Man sieht nur so Andeutungen. Das Titelbild gefällt mir aber sehr gut, also mit diesen Verzierungen und dann halt der Titel da drin, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ich fand das Cover auch wirklich sehr ansprechend. Dann zu den Basics. Genau, das Buch hat, muss ich mal gerade nachschauen, ist schon was her, dass ich kein Lesen habe, 666 Seiten und es kostet 15 Euro in der brochierten Ausgabe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es sonst noch für Formate gibt. Ich habe das hier aber als Mängelexemplar bei Thalia für 2,99 erstanden. Empfehlen würde ich das Ganze auf jeden Fall für erwachsene Leser, weil es ja nicht so einfach zu lesen ist, würde ich sagen, und leider auch einfach nicht so unterhaltsam und schön, wie ich jetzt persönlich das als Jugendliche gern gehabt habe. Ab 16 würde ich sagen. Worum geht es denn überhaupt? Ich habe mir hier mal ein paar Stichpunkte gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich immer wieder runtergucken muss. Der Protagonist heißt Tarn und er wächst in einem Dorf, auf das Helligtal heißt. Und Helligtal, glaube ich. Ja, Helligtal. Und jedes Jahr zur Sonnenwendfeier kommt so ein Leser dahin, so eine Art Vorleser. Der hat halt ganz viele Bücher und so Sachen dabei und der kommt halt an diesem speziellen Tag und reitet durchs Dorf und alle Dorfbewohner kommen mit ihm. Die treffen sich dann am Gasthaus und da liest er dann aus seinen Büchern vor oder erzählt halt eine Geschichte, zum Beispiel, wie die Welt entstanden ist und sowas. Dieses Jahr aber, in dem die Geschichte spielt, taucht der Vorleser einfach nicht auf. Und das ganze Dorf ist halt auch voller Reisender und so, die den unbedingt treffen wollten. Aber alle sind halt in heller Aufruhr, weil sie sich fragen, was mit ihm passiert ist. Tarn ist auf der Jagd, weil er für den Gasthof Fleisch aus dem Wald holt. Und dort hat er eine sehr, sehr seltsame Begegnung mit jemandem, der offensichtlich die Elemente beeinflussen kann. Er flieht zurück ins Dorf, um seine Geschichte dort zu erzählen. Und dort wird er dann angesprochen von einem Fremden auch, der heißt Vendangie, zumindest spreche ich so aus, keine Ahnung, ob es richtig ist. Und der berichtet Tarn, dass er ihn unbedingt mit auf seiner Reise begleiten muss, um seine Familie und das Dorf zu beschützen. Denn offensichtlich treibt irgendetwas sein Unwesen. Als der Leser denn nämlich endlich erscheint, ist er verletzt und hat eine sehr seltsame Geschichte zu erzählen. Tarn hat aber noch eine Schwester, und zwar Vendra. Und die liegt gerade in den Wehen, als ihm einfällt, dass sie ja vielleicht in Gefahr sein könnte. Er reitet da hin. Und was findet er vor? Seine Schwester liegt noch total benebelt von der Geburt auf dem Bett. Und vor ihr steht so ein Monster. Die heißen Bardin. Und der steht da und stiehlt ihr das Kind. Und das Kind ist halt sowieso eine Todgeburt gewesen. Aber trotzdem, Tarn versucht dagegen zu kämpfen. Und dann tauchen auch Vendengi und auch sein bester Kumpel vom Tarn auf und so. Aber die können alle nichts tun. Der Bardin verschwindet zusammen mit dem totgeborenen Kind. Und die Gefährten bleiben halt irgendwie zurück. Und dann beschließen sie alle, dass sie das Dorf dringend verlassen müssen. Das ist Vendengi. Der ist eine Art Kämpfer, der aber auch Magie kann. Der hat eine Gefährtin dabei, und zwar Mira. Die ist so eine Art Feenwesen. Und genau, die beiden nehmen dann halt noch vier Leute aus dem Dorf mit. Und zwar Tarn, seine Schwester Vendra, seinen besten Kumpel Sutter. Und einen, der ist der Sohn eines Autors in dem Dorf. Der ist halt mega belesen und sowas. Und der heißt Brethen. Und den nehmen die halt auch noch mit, weil der gerne zu so einem Orden gehören will. Und so ist es ein bisschen kompliziert. Erzähle ich jetzt nicht alles. Auf jeden Fall werden sie aber die ganze Zeit während ihrer Reise von diesen Bardin verfolgt. Und sie beschließen, dass sie nach Dekalam müssen. Das ist die Hauptstadt, also der Regierungssitz der Kanzlerin. Und dort findet halt eine Versammlung statt, die das letzte Mal vor keine Ahnung wie vielen Jahren zusammenberufen wurde. Und dort wollen die Gefährten jetzt eben hin. Allerdings werden sie auf der Strecke getrennt und alle sind auf sich allein gestellt. Während, ich habe es aufgeschrieben, um nicht zu viel zu spoilern. Ähm, genau. Während, wenn Danji, Mira und Brethen den Umweg über eine Ebene nehmen, die das Mal genannt wird, wo sie noch einen weiteren Gefährten suchen, gerät Vendra in die Hände von Menschenhändlern. Und Satter und Tan fliehen vor den sogenannten Stille Treuen. Die Stille Treuen sind diese Bardin zum Beispiel. Da gibt es aber auch noch ganz andere Leute. Auch zum Beispiel dieser, den wir am Anfang kennenlernen, wo der Tan auf der Jagd ist und dann irgendwie angegriffen wird. Ähm, das Ganze ist ein bisschen komisch zu verstehen am Anfang. Deswegen will ich das jetzt auch nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar ist es bei denen so, dass es halt so eine Art Gottheiten gibt. Die haben die Welt geschaffen und die haben die halt perfekt gestaltet. Aber es gibt halt einen, so wie es den in jeder Story gibt, der wollte das Ganze so ein bisschen sabotieren und hat die Menschen halt böse gemacht. Und dafür wurde er von seinen Brüdern verbannt und wird jetzt nur noch der Weiße genannt. Und zusammen mit ihm wurden halt auch ganz, ganz viele sogenannte Stille Treue in, ich sag mal, die Hölle verbannt. Und dazu gehören zum Beispiel die Bardin. Die Hölle wird als der Born bezeichnet. Und die Menschheit lebt halt quasi so ein bisschen in der Angst davor, dass diese Wesen sich wieder erheben, weil die halt sehr, sehr gefährlich sind. Und ja, wie hat mir das Ganze gefallen? Ich soll kurz umblättern. Erstmal, genau, fand ich den Einstieg total schwierig. Wir haben halt erstmal so ein paar Seiten, wo diese Story, die ich gerade erzählt habe, am Ende, also wie die Welt entstanden ist und sowas, erzählt wird. Ich fand es aber sehr, sehr schwer, einfach dem zu folgen am Anfang, weil es auch nicht so interessant für mich war. Dann lernen wir halt Tan kennen, klar, den Protagonisten. Der taucht in der Action-Szene auf. Man sieht sofort, das finde ich sehr gut gemacht, man erkennt sofort, was sind seine Charakterzüge, was ist ihm wichtig. Und halt so ein paar Basics über ihn einfach, die man auf jeden Fall wissen muss und die auch später in der Story noch relevant werden. Aber irgendwie fand ich die Beschreibung der Geschehnisse total skurril. Und auch das, was halt so eigentlich safe sein müsste, also die Landschaft und sowas, fand ich so schlecht beschrieben, dass ich mir das wirklich kaum vorstellen konnte. Trotzdem ist es dem Autor irgendwie gelungen, so eine Atmosphäre zu schaffen von Bedrohlichkeit und sowas. Aber ich meine, ich finde es wirklich sehr abstrus einfach. Ich sage jetzt, was da passiert, weil das passiert wirklich auf den ersten zehn Seiten. Ich denke, soweit liest jeder und das ist kein Spoiler. Da wird ein Hirsch von Regen getötet. Also da taucht halt so ein Vieh auf, das kann die Elemente beeinflussen und tötet einen Hirsch mit Regen. Und ich denke mir so, okay, also das war mir einfach zu seltsam, sorry. Das zieht sich wirklich durch das komplette Buch hindurch. An vielen Stellen ist es einfach viel zu bizarr, um wirklich nachvollziehbar zu sein. Und dann halt auch total schwierig nachzuvollziehen einem. Quatsch, das habe ich ja gerade gesagt. Und dann halt auch einfach voll schwierig, das zu verstehen irgendwie, was der Autor einem damit sagen will und was da jetzt gerade eigentlich vorgeht. Dazu kommt dann noch, dass Tan und sein bester Kumpel Sata, die haben so eine Witzebeziehung irgendwie. Also die prügeln sich auch das erste Mal, als man die kennenlernt. Finde ich eigentlich cool, weil man dann den Sata und deren Beziehung auch gut kennenlernt. Aber das ganze Buch über machen diese voll unnötige, total nicht witzige Witze. Und dadurch hat man erst mal das Gefühl, dass zum Beispiel der Sata ein mega krasser Idiot ist. Also so richtig der Bauer einfach. Und naja, dass die einfach irgendwie nie was richtig ernst nehmen, obwohl die von ziemlich krassen Typen da verfolgt werden. Generell fand ich aber, dass man auf insgesamt 600 Seiten oder 666 viel zu wenig über die Figuren erfährt. Die geraten in total absurde Situationen, die halt entweder überhaupt gar nicht erklärt werden und deswegen halt auch so absurd bleiben. Oder durch extrem lange Monologe erklärt werden, wo man gar keine Lust hat, die zu lesen. Und das ist auch total schwer, denen zu folgen einfach. Deswegen hatte ich halt auch gegen Ende des Buches voll das Gefühl, ich habe richtig viele Sachen gar nicht verstanden. Weil ich es einfach so langweilig fand, dass ich keinen Bock hatte, das alles zu lesen. Beziehungsweise ich habe es halt gelesen. Aber ihr kennt das bestimmt so. Man liest und merkt irgendwie nach einer halben Stunde, krass, ich habe die letzten 10 Seiten irgendwie gar nichts mitbekommen. Und so war das in sehr vielen Fällen in diesem Buch. Das Ganze wird dann auch noch dadurch erschwert, dass es wirklich total die komplizierten Namen sind alle. Die Protagonisten, okay, die Namen sind unterschiedlich und die kann man verstehen. Aber so Sachen wie Ortsbezeichnungen, dann haben die Baden und die Stilletreuen und so, das ist alles dasselbe. Die haben aber noch fünf verschiedene andere Namen, die ich mir auch gar nicht merken kann, weil die alle total seltsam sind. Komisch geschrieben, ich habe keine Ahnung, wie ich die aussprechen soll. Also ich kann mir das halt einfach nicht merken, nicht vorstellen. Dadurch wird es halt nochmal doppelt schwierig. Und irgendwie ist es halt dann tatsächlich am Ende so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt tagelang an diesem Buch gelesen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das war einfach, ja, sehr enttäuschend. Dann der Schreibstil, den fand ich sehr, sehr schleppend und anstrengend. Und es ist halt sehr geprägt von irgendwelchen Monologen, wie ich ja eben schon gesagt habe, die dann so Sachen erklären sollen, die man aber halt einfach durch Handlung zum Beispiel viel besser hätte nachvollziehen können. Oder die einfacher hätten beschrieben werden können. Der Schreibstil ist irgendwie so nach dem Motto, okay, ich haue jetzt hier mal richtig einen raus und verfasse jetzt hier voll das krasse Werk. Tatsache ist aber einfach, dass man diesem Schreibstil nicht folgen kann und dass man voll oft das Gefühl hat, oder ich spreche jetzt nicht für alle, aber für mich, dass es mega kompliziert ausgedrückt ist. Und zwar wirklich dahingehend, dass man es einfach nicht versteht. So, genau. Trotzdem gibt es da auch noch was, ne, ich bleibe erstmal bei dem Negativen. Und zwar ist es halt für mich auch schwierig gewesen, der Story zu folgen, weil der Autor einfach zu wenig verrät manchmal. Ähm, entweder, also es ist wirklich ganz komisch, entweder man hat so einen mega langen Monolog, wo alles wirklich bis ins kleinste Detail erzählt wird, oder es passieren irgendwelche voll die seltsamen Sachen einfach und es wird nichts erklärt. Und im Endeffekt kennt man das vielleicht so ein bisschen von Brandon Sanderson, wo ich auch gesagt habe, okay, bei den Sturmlichtchroniken zum Beispiel, da hatte ich nach dem ersten Buch das Gefühl so, ähm, okay, ich bin total ratlos zurückgelassen worden, weil man halt nichts über die Hintergründe erfährt, aber der zieht das halt nur eine gewisse Zeit lang durch. Und das hier war wirklich das ganze Buch und man hat, anders als bei Sanderson, auch nicht das Gefühl, dass da noch was Krasses kommt, dass da irgendwas Heftiges hinter steckt oder so. Wenn man dieses Gefühl wenigstens hat, dann kämpft man sich durch diese ätzende Seiten, aber das hat man hier einfach überhaupt gar nicht. Genau, trotzdem gibt es auch hier noch was Positives zu sagen und zwar fand ich, dass, ähm, natürlich war es logisch, dass die Gefährten aufgetrennt werden. Das ist ja logisch, ist immer so. Und die Geschichte von Vendra und den Menschenhändlern fand ich am interessantesten. Da kommt nämlich ein Menschenhändler mit Namen Jess Tale dazu und ich finde, die beiden haben die beste Story, weil er, also nicht mal sie, sondern er einfach, ein sehr interessanter Charakter ist. Und der, ich weiß nicht, ob er noch Hauptperson wird, aber tatsächlich ist es so, dass ich den spannender fand, als den ganzen Rest der Besetzung. Ja, also soweit dazu. Dazu kommt dann noch was, muss ich aber ganz kurz unterbrechen, weil meine Speicherkarte voll ist. Ja, dazu muss ich dann auch nochmal was sagen zu Vendra und Jess Tale, weil, ähm, da ist mir das wirklich einmal ganz stark aufgefallen. Der Autor hat das öfters gemacht. Der hat dann so geschrieben, okay, die, ähm, reiten den ganzen Tag und dann machen sie abends ein Feuer, essen was und gehen schlafen, dann stehen sie morgens auf und reiten weiter. Und das, äh, über die nächsten zwei Wochen, schreibt er dann. Und der nächste Satz ist einfach, ähm, am zweiten Tag passiert das und das und ich denke mir so, das ist die falsche Reihenfolge. Du erzählst gerade, was der zwei Wochen lang gemacht hat und dann erzählst du vom zweiten Tag, das passt überhaupt nicht. Und das war nicht nur einmal, sondern wirklich häufig. Deswegen fällt meine Einschätzung zu diesem ersten Teil auch wirklich nicht gut aus. Ich gebe dem maximal wirklich anderthalb vielleicht von fünf Sternen. Ich tendiere eher zu einem. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie Potenzial noch drinsteckt, aber mit dem Schreibstil und allem bin ich echt nicht zufrieden. Und deswegen weiß ich nicht, ob mir die nächsten Bücher gefallen werden. Ich habe Teil zwei jetzt schon hier, deswegen werde ich das auch in Angriff nehmen. Ich werde es aber auf keinen Fall als zweites vorstellen. Ich brauche erst mal so ein bisschen gute Literatur dazwischen, bevor ich das zweite Buch dann in Angriff nehmen kann. Ähm, ich bin wirklich ziemlich enttäuscht, weil ich das Cover und alles eigentlich sehr gut fand. Und da stehen dann auch sowas drauf wie, äh, das Fantasy-Epos und keine Ahnung was. Und dann war das voll scheiße einfach. Ach, naja, aber muss auch mal sein. Schwarze Schafe gibt es überall. Ähm, empfehlen würde ich es deswegen aber nicht. Wer die Story jetzt vielleicht interessant fand und sich nicht abschrecken lassen will oder sich ein eigenes Bild machen möchte, der, ähm, für den bleibe ich halt dabei, dass es ab 16 auf jeden Fall wäre. Alleine dadurch, dass die Story sich so elend lang zieht. Ja, soweit dazu. Ähm, Teil 2, wie gesagt, kommt dann einfach demnächst irgendwann mal. Ich werde es wahrscheinlich auf Instagram hochladen. Als nächstes stelle ich euch aber ein Buch vor, das mich wirklich sehr begeistert hat. Und zwar ist das Moonlight Touch von Jennifer Ellis Jager. Ich bin wirklich total begeistert davon. Ich freue mich schon mega, euch das vorzustellen. Und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Noch einen schönen Tag. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Kanal noch nicht folgt. Dann auf den Abonnieren-Button klickt und die Glocke betätigt. Oder einfach in die Kommentare schreibt, was euch so gefällt, beschäftigt, wie auch immer. Ob ihr die Bücher gelesen habt vielleicht und ob ihr einen anderen Eindruck davon hattet. Ob ihr wisst, ob in Teil 2 oder 3 noch was passiert. Wäre auf jeden Fall für mich sehr interessant zu wissen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.